hey leute ich freue mich gerne über ein abo like oder kommentar abonniert einmal meinen kanal dann sehen wir immer die aktuellsten videos so stell dich mal vor hier die frau mit den hupen mein name steht immer im kopf warum soll ich mich und er ist schlipper ja wir starten hier mit einer neuen welt weil die andere irgendwie nicht möchte die spiele ich dann offline die andere aber hier müssen wir komplett neu empfangen muss man die maus sensibilität höher machen mach mal ich nehme in der zeit schon hier ein bisschen was auseinander wo ist er ist er noch da ich weiß nicht ob man uns auf der karte sind kann kannst du hier ein werkzeug machen da kannst du was wäre du musst dann nur sammeln ach das geht ja tabellage kraften ich habe gerade überlegt wie ich steine abbauen soll ohne werkzeuge dafür brauchst du material ok du bist doof ich habe mir die frage zwischen selber beantwortet echt ich habe dich gefragt wie ich steine kriege und du dafür brauchst du material ja ok das ist eine amerikanische tastatur y ist also set mit y scrollst du in die verschiedenen reihen oh was machen wir denn hier wollen wir uns das Haus teilen oder hat jeder sein eigenes nein wir teilen uns das ok dann machst du da kein dach drauf ich habe ja in deinem single play geguckt das hat mich echt extrem gestört das ist eigentlich geil so kann das sein dass du nicht auf einfach sondern auf normal oder schwer gestellter hast mal gucken was macht denn der auf hart auf hart auf hart ja hat der gemacht wir sind level 4 drachen ja ja das hast du eingestellt hab ich nicht der hat die maus wieder diesen haken reingestellt hat dass die anzeige unten weg ist kannst du das noch verändern ich stehe hab ich gerade auf was easy damit wir überhaupt klarkommen ich weiß nicht ob das jetzt noch so ohne neustart aktiv ist aber wie gesagt neben mir steht noch der bb ja wir können doch gucken einfach oder ja easy man kann ich jetzt weiter spielen weiß ich nicht ob das so easy ist ich möchte gerne weiter sammeln scharf ey lass dich doch mal du musst ja immerhin auch was essen knuddeln level 4k lassen wir mal lieber äh äh vielleicht ja die hühner greifen eine an ja kann man die gift spitze eigentlich essen ich hab's noch nicht probiert ich sammle gerade stroh und ein paar steine habe ich soo und ein bisschen essen was ist denn die nackige Frau ich bin ziemlich wenn nach rechts gelaufen hm das ist ja auch noch Peter ja ich weiß hast du jetzt schon irgendeine Werkbank du hast ne Axt ok komm wir suchen uns mal einen platz wo wir die erste Werkbank hinpacken am besten von am Steg hast du jetzt alle Truhen geräumt oder ist da noch eine für nicht kann man ich dachte den Truhen kann er kann jeder äh äh eigentlich ist der nicht abbauen tja wahrscheinlich ok hast du jetzt alle genommen naja ich denke mal nicht alle es werden doch irgendwo welche auf der Insel sein ok dann räumen wir mal ja wollen wir uns irgendwo niederlassen erstmal naja hier direkt von den Wolfen und gleich hier vorne da wo wir immer starten weil sonst laufen wir immer irgendwie wie verrückt na gut ok erstmal ins Crafting Menü soll ich die Bodenplatten setzen dann kannst du solange noch mehr Werkzeug machen und sowas ähm ja oh man bist du entscheidungsfreudig heute noch bitte ja er setzt die Bodenplatte ja wie sagt das wir werden einiges bauen über die Zeit die wir spielen dass wir einige Bodenplatten brauchen ja in der Kader nervschmühle ich würde das so gerne ins Wasser packen kannst du warum sind die alle so schief die musst du ja richtig setzen also mittlere Monster womit dreht man die denn gute Frage das habe ich noch nie gemacht ach ja da ist eher wie rum zum Steak jetzt sind die schief ja best ja dann gucke ich mal ich werde ja einiges abbauen in der Zeit ach der Kader bricht wieder ein ja ja ich denke so ist okay dann machen wir so eine kleine Einfahrt ja wir starten heute mal mit einer halben Stunde Aufnahme wenn wirtschaften haha genau wenn wirtschaften damit ich heute noch pünktlich ins Bett komme ja nicht nur du so ja mit einer Holzachst gegen einen Stein zu holen das ist auch ein bisschen wie soll ich sagen bescheuert bescheuert ist er zuerst die Frost zu nehmen so wir machen aber getrennte Zimmer ich habe keine Lust neben dir zu wohnen du schneidest ok das sind sieben jetzt naja ich abends nehmen sie in meine Ruhe ja wow was macht die denn da du brauchst keine äh du die Trennbände bringen nicht ja die hat gar nicht so wirklich mit Absicht gemacht hm dann gucken wir mal was wir craften können wir können auf jeden Fall noch nicht craften ähm dann muss der crafting bench hinsetzen ja ich weiß ich habe ja hier eine die werde ich mal mit rüber nehmen das schöne ist wenn wir die äh die müssen wir nicht kaputt machen die können wir quasi wieder in die Tasche einpacken und mit mitnehmen ja braucht man doch nicht das ist praktisch natürlich kannst du mal das eine Holz den weg machen was hier so schief ist das hier an der Seite ist nicht schief das hier ist doch vom Muster her schief ok das passt nicht äh ja mal gucken na so geht es definitiv erstmal nicht nein fast nicht nee sorry ich fand es gerade witzig nee ich kann es nicht abreißen echt nicht na echt nicht gut na brauchen wir wir brauchen eine Feuerquelle ich wollte es eigentlich noch größer machen äh gut climb a wall ok soll irgendwo hochklettern öff kann aber Muscheln einsammeln wenn ich hier schon welche finde ne na mal gucken was kann man denn machen ich setz das mal hier rein was muss man denn hier klein werden jetzt seht ihr die Ladezeit wenn das hier so ein bisschen braucht dann kann man noch mal andere Sachen machen ich äh ich stell jetzt erstmal Kohle her ähm muss meine Axt reparieren check the mission screen check the mission screen ok ähm speichern wäre von Vorteil äh äh was kann man denn noch machen ich habe ein äh äh